Ich bin's, die Elvira aus der Puppengarage. Ich hab euch ein Gedicht mitgebracht von Christian Morgenstern. Drei Spatze in einem leeren Haselstrauch, da sitze drei Spatze, Bauch an Bauch, der Erich rechts und links de Franz und mittendrin de freche Hans. Sie haben die Augen zu, ganz zu und oben drüber schneid's. Sie rücken zusammen, dicht an dicht. So warm mit der Hans hat's niemand nicht. Sie höre alle drei ihre Herzlein gepocht. Und wenn sie nicht weg sind, dann sitze sie noch. Ach, ich lieb das Gedicht. Und jetzt geh ich wieder in den Winterschlaf. Ich wünsch euch alle noch ein schöner Advent. wenn ihr jetzt abdrehen, dann rennt. Haltet durch... ...sachte durch... ...sachte durch... Vielen Dank.